So, also, wir aus Musik auf Elspeh haben uns was ganz Neues überlegt. Und zwar haben wir gestern an der Cold Water Challenge teilgenommen. Und heute haben wir uns überlegt, machen wir was ganz Neues. Und zwar die große Spielplatz Challenge. Oder auch mehr oder weniger gesagt, eine Rache Challenge. Wir wollen direkt was Sport nominieren. Wir nominieren direkt Tamuko Elspeh, Spielbandzug aus Meschede und den Musikverein aus Gieshagen, denn die drei haben uns vorher. So, klopft. Ja. 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 Ja.